Im Jahr 2023 steht der Mars im Fokus für die Skorpione. Nutzen Sie diese Energie, um sich beruflich zu entfalten. Ergreifen Sie die Initiative und nehmen Sie neue Herausforderungen an. Auch wenn es anfangs vielleicht keine sofortige Belohnung gibt, verspricht das Horoskop, dass sich dies ab Mai ändern wird. Bleiben Sie geduldig und Sie werden die Früchte Ihrer Anstrengungen ernten. Gleiches gilt für Ihre Gesundheit. Investieren Sie jetzt in positive Maßnahmen, denn laut Horoskop werden sich die Ergebnisse in den nächsten Monaten zeigen. Zeigen Sie der Welt, was in Ihnen steckt und seien Sie bereit für positive Veränderungen. Im Jahr 2023 erwartet die Skorpione eine emotionale Zeit in der Liebe. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihrem Seelenpartner begegnen und eine tiefgreifende Verbindung erleben. Ein aufregender Flirt im Februar und März könnte zu einer bedeutenden Freundschaft führen.